Hey Kinder, was geht bei euch? Willkommen zum heutigen kleinen Ankündigungsvideo für eine ganz große Sache. Und zwar machen wir heute ein großes Community Case Opening. Also das heißt, wir gehen alle zusammen auf einen Server und jeder bringt Kisten mit, jeder bringt Schlüssel mit und dann öffnen wir diese Kisten mit den Schlüsseln und sehen unten im Chat, wer was bekommt. Sind im Teamspeak, um zusammen auszurasten, wenn jemand was sehr Geiles bekommt. Ja, ich habe eben noch eingekauft und diverse Schlüsselchen geholt. Ich habe jetzt 20, es kommen zwei oder drei Leute mit mindestens 20 bis 25, sogar 30 Plus Kisten, die sie mitbringen und eben auch Schlüsseln dementsprechend und einige mit so vielen Kisten und Schlüsseln, wie sie eben wollten. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall auch ein 100 Plus Ding machen, denke ich. Wir machen einfach so Stück für Stück vielleicht nacheinander immer wieder die Kistchen auf und schauen halt, was wir so drin haben. Ich bin echt gespannt. Ihr habt mich diesbezüglich am Dienstag, glaube ich, angeschrieben und gefragt, ob wir sowas mal machen können oder letzte Woche schon. Ich glaube sogar schon letzte Woche Freitag. Und es ist eine ziemlich geile Idee, auf jeden Fall. Können wir gerne machen. Sollten wir jetzt machen, weil ich jetzt, wie gesagt, darauf vorbereitet bin. Darum machen wir das jetzt heute auch. Können wir gerne machen. Ich weiß noch nicht genau, wann wir das Ganze durchziehen. Ich denke, dass wir heute unser High Game, unser Low Game machen und vielleicht danach direkt die ganze Sache starten. Je nachdem, wann eben der Großteil da ist, der mitmachen möchte, der die Kisten mitbringt und so weiter und die Schlüssel. Also ich denke, plus minus 0 Uhr sollte es ungefähr werden. Also vielleicht Viertel nach zwölf oder so. Dann müssten die beiden Spiele fertig sein und dann können wir uns dann die ganze Geschichte dransetzen an dieses große Community Place Opening. Das erste Mal, dass wir sowas machen. Ich habe davor noch nichts gehört gehabt, aber es ist echt eine geile Idee. Ich habe gehört, dass viele andere das schon gemacht haben. Also große Livestreamer, YouTuber und so weiter und so fort. Und jetzt ziehen wir halt mal nach und machen das auch. Vielleicht bekommen wir ja was Geiles. Ich bin mir sicher, dass wir heute Abend mindestens, mindestens ein Knife ziehen. Also wenn wir kein Knife ziehen, dann drehe ich euch am Rad. Also ich meine, bei 100 plus Kisten und vor allem bei verschiedenen Accounts und so weiter, da muss doch ein glücklicher Mensch dabei sein, der ein dickes Knife zieht, oder? So, ich hoffe, dass coole Sachen bei rumkommen. Ich freue mich auf euch. Der Stream startet um 22 Uhr und wie gesagt, dann geht es erstmal mit einem CSGO High Game los. Danach ein CSGO Low Game und ich denke, dann machen wir am besten direkt unser Community Case Opening. Außer hier schreiben jetzt welche drunter. Hey, ich bin erst um eins da und ich bringe 80 Kisten mit oder so und 80 Schlüssel. Dann ziehen wir es halt ein bisschen nach hinten. Beziehungsweise wir können ja auch schon mal anfangen. Das Ganze wird auch eine Weile dauern. Also man klickt jetzt dann nicht einfach durch, sondern da wir so viele sind, sind wir im Teamspeak und hey, ich mache einen auf. Okay, ja, oh, oh, hey, und dann ist der Nächste und so weiter. Hey, bis wie der Hase. Gut, haut ordentlich rein. Wir sehen uns gleich ab 22 Uhr im Livestream. Danke.